Yo, was geht ab Leute? Willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar heute soll es um Ufo und Raph Camorra gehen. Letzte Woche hat Raph mit Casey Rebel zusammen eine Single rausgehauen, Neptun. Zu krasses Musikvideo, das hat auf jeden Fall einiges gefickt. Da muss viel, viel Geld und Arbeit drin gesteckt haben. Krasses Lied gewesen, habe ich übertrieben gefeiert. Jetzt, heute um 0 Uhr, kommt ein neuer Song mit Ufo. Das Ganze heißt Nummer. Ist ein geiler Song, kann man auf jeden Fall pumpen. Meiner Meinung nach gefällt mir Neptun besser. Hat mir besser gefallen. Mal schauen, wie das Musikvideo wird. Das Ganze könnt ihr dann ab 0 Uhr streamen. Beziehungsweise ab 23.59 Uhr. Ich würde mal sagen, wir geben uns eine kleine Hörprobe davon. Und wie gesagt, da müsst ihr noch abwarten. Bis heute Nacht. Ich würde auch nicht länger rumfackeln. Wir geben uns das Ganze mal. Was mir positiv auf jeden Fall aufgefallen ist, das Lied geht auf 3 Minuten. Mirosan Lied geht 3 Minuten. In der letzten Zeit kommen mehrere Tracks, die etwas länger sind. Dann feiere ich. Die kurzen Tracks habe ich nicht so gefeiert. Sind zu schnell vorbei. Genauso wie Irina Schalk von Ufo. Wobei dort der Part von Capi fällt. Aber nun gut. Also wie gesagt, ihr habt einen kleinen Ausschnitt jetzt von der Hook gehört. Und einen kleinen Ausschnitt von Ufos Part feiere ich übertrieben. Ufo geht gut ab auf dem Lied. Und ja, was sonst noch zu sagen. Zu Raff. Es wird auf jeden Fall sein letztes Album kommen. Und dann möchte er aufhören. Ich denke, bei ihm ist es auch kein Promo-Move. Der wird das Ganze durchziehen. Bei den anderen, bei Ufo zum Beispiel. Meiner Meinung nach war mir klar, ich weiß nicht, dass er zurückkommen wird. Aber, ja, viele nutzen das als Promo-Move. Aber ich denke, bei ihm nicht. Also ich weiß nichts. Er hat sowieso ausgesorgt. Und könnte schon sein. Ich würde mal sagen, wir geben uns noch einen zweiten Part aus dem Lied. So wie wir es immer machen. Ich suche mal kurz was raus. Also ab 1 Minute 40 hören wir uns noch was kurz an. Man muss sagen, Raff macht den Reform-Part und Ufo seine Rap-Parts feiere ich. Die Kombination ist auf jeden Fall geil. Und Raff ist sowieso einer, der immer abliefert. Meiner Meinung nach. Also ihr habt es gerade gehört. Er rappt auf jeden Fall über Palm Angels. Obwohl er selber sagt, dass Palm Angels irgendwie tot ist. Ja, vielleicht ist das Lied auch schon länger entstanden. Jo, wie gesagt, also geiles Seed. Kann man sich auf jeden Fall gut geben. Dann müsst ihr auf jeden Fall bis heute Abend abwarten. Das Ganze kommt um 23.59 Uhr raus. Wie gesagt, streamt das Ganze auf Spotify. Unterstützt die. Und in diesem Sinne würde ich sagen, warte mit dem Video. Und bis zum nächsten Mal. Peace.